Hallo, ich bin Wolfhund und ich spiele heute Violent Hearts, The Great War, oder so ähnlich. Ich weiß immer noch nicht, wie man es genau ausspricht. Jetzt gibt es gleich die übliche Rückblende auf das letzte Video. Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Ficksal wohlgesonnen zu sein, denn ihr Weg führte in dieselbe Richtung. Doch als sie sich wie mir näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt. Und los geht's. Okay. Uiuiuiui. Bemühen wir uns nicht, die Fliegerstaffel. Ups. Okay. Nochmal soll das besser nicht passieren. Uiuiuiui. Ups. Bleibt mal in der Mitte. Uiuiui. Der Hund guckt den Granaten hinterher. Den Bomben, besser gesagt. Uuuuuh. Uuuuuh. Oh, 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 oh. Uuuuuh. Nicht gut. Okay. Nee, allzu viel ist nicht mehr übrig. Der hört sich nicht gut an. Oh, oh. und er zerbläht da kommt was Oh, Minen. Na toll. Probieren wir mitten durchzuführen. Hat geklappt. Toll, jetzt kommen Minen und Bomben. Na toll. Ich überlege, was die da gerade an Ressourcen führen. Ein ziviles Fahrzeug verschwenden. Gut. Ja, also ich muss sagen, so langsam könnte es mal lang zu Ende sein. Das ist unser anderer Meinung. Das war's. Okay. Ich hätte mich vorher entscheiden sollen. Gleicher meinte, so langsam könnte es zu Ende sein. Machen wir es einfach nochmal von vorne. Ja, nicht ganz von vorne. Okay. Okay. Ja, es wird schon wieder dunkel. Ich hoffe, das ist schon ein gutes Zeichen. Bin ich auf jeden Fall bald wieder da, wo ich das letzte Mal versagt habe. Die längere Pause kennen wir auch schon. Genau. Diesmal direkt entscheiden. Toll. Sag mal, bin ich gerade schlecht. Ja, direkt vom Ziel abgeschossen worden. Das hätte ich jetzt nicht schlecht gefunden, wenn sie es direkt in das Spiel eingebaut. Anstatt inzwischen Zähne. Ich wurde ja oft genug getroffen. Emil! Allez! Ja. Ah, praktisch, dass da direkt ein Schild hinzeigt. Achso. Gibt es da irgendwas zu sehen? Nein. Dann warten wir, bis der wieder weg ist. Ach, der ist da oben. Sag mir das nochmal jemand. Und deswegen ist das Bild oben links in der Ecke. Weil er da oben ist. Okay. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Oh, je, 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 je. Habe ich hier irgendwie eine Möglichkeit, außenrum zu kommen? Oh, ist da mal. Habe ich irgendwas übersehen? Ah, da gibt es Granaten. Der scheint zu schlafen, hm? Ja, schläft doch nicht. Oh, doch. Hä? Jetzt schläfst du oder schläfst du nicht? Äh, holen wir es mal. Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe mal wieder eine Handgranate. Juhu. Gleich für eine kleine Überraschung für dich. Ich hätte gerne noch mal eine. Warum weiß ich noch nicht? Aber ich nehme sie mit. Hey, hey. Hm. Oh, schnell. Gut. Jetzt müssen wir nur gucken, dass der mal wieder weg ist. Jetzt kommt er gerade hier hoch. Aber zum Glück schießen die nicht auf Hunde, hm? Hm. Hm. Und schnell weiter. Hm. Hm. Jetzt kann ich hier einen Kochlöffel kaputt haben. Das Multifunktionswerkzeug. Der Kochlöffel. Woher rennt ihr? Äh, wenn die von links kommen, sollten wir vielleicht mal nach rechts. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Achso. Aha. Pssst. Okay. Ich weiß noch nicht so wirklich genau, was das bringt, dass der Hund jetzt da drüben ist. Oh, ähm. Tja. Nein, dafür reicht das nicht. Mist. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Pssst. Nein. Erstmal bewegen und dann weiter gucken. So. Ah, da ist was. Oh. Oh. Allez, uy. Lassen wir die erste vorbeirennen. Ist da eine Granate verloren, hm? Damit ich nicht auf dumme Ideen komme, ihr Soldaten. Hey, hey. Gut. Ich lasse ihn nochmal kurz nicht verstecken. Dass sie hier wieder vorbei sind. Oh. Noch kurz warten. Hab ich denn... Habt ihr irgendwas übersehen, was ich da hätte einsammeln können oder so? Also, hier kurz einmal diese Sammelgegenstände. Ich hab jetzt schon dabei keine mehr gesehen. So. Äh. Ah, gut. Leertaste. Ja. Hier war wohl nur zur einmaligen Benutzung. Geht's direkt hier hoch. Das Labyrinth. Femi und Neuville-Saint-Vast waren zwei deutsche Stellungen, die sehr früh befestigt wurden. Die Vielzahl an Schützen und Laufgräben waren mit unterschiedlichen Bunkern verbunden. Daher der Name Labyrinth. Wiederholt versuchten Briten, Franzosen und Kanadier diese Schlüsselposition einzunehmen, jedoch ohne Erfolg. Die Verluste waren so immens, dass die Stellung Ende 1915 für unannehmbar erklärt wurde. Hm, okay. Ja, da haben wir wieder ganz aufmerksame Wachen. Ja, komm. Hier gibt's nix zu sehen. Niemand hier. Ui. Der guckt aber nur kurz weg. Die andere Seite ist viel interessanter. Hm? Oh, da kommt garantiert... Oh, ja. Ui, okay. Was machst du jetzt? Was machst du denn? Oh, nimmer. Hm, was machst du denn? Hahahaha. Genau. Mit dem Kochlöffel auf den Helm. Und er geht um. Oh. Okay. Ja, ich guck gleich ab. Na toll. Okay. Ui. Ich frage mich, ob ich den Soldaten irgendwo in den Sieheit bringen kann. Oh. Oh. Ach, ich muss eine Sprengstaff unten anbringen. Und den Sinter dann nach oben bringen. Oh. Oh, hab ich bisher erst einen. Wo kippt es den zweiten Sprengstoff? Oh. Was? Er lebt noch. Gut. Gut. Vielleicht das. Oh, ne, das reicht... Natürlich noch nicht. Hey, hey. Ah, da hinten ist der Zeppelin. Hey, Walt. Walt. Ah, der Hund kann hier wieder durch. Ja, sobald ich... Ähm... Das war alles? Oh je... Na toll, okay. Ich muss ihn zur Seite ziehen, damit ich da durchkomme. Ich kann ihm nicht helfen. Schade. Hey, Walt. Also bei Disannert muss ich ja auch als... Okay, da sind die Leute dann einfach tot, wenn ich sie zur Seite bringen muss. So, lass mal sehen. Gibt es da irgendwas? Aber irgendwas... Irgendwas muss... Ah doch, guck mal. Liegt da oben nicht? Ne, das ist schon nur ein Teil von der Uniform. What? Hey, hey. Okay, warte mal, bis der wieder weg ist. Dann guck mal hier nochmal die andere Seite an. Oh, das war knapp. Ich hab zu früh auf Alt gedrückt. Warte! Hm, vielleicht nehme ich das sogar ausnahmsweise mal an, den Hinweis. Warte! 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 Ich weiß nur noch nicht, was ich davon hab, dass der Hund auf der Seite ist. Und hier wird auch nichts angezeigt. Ich steh auf dem Schlauch. Also, ihr könnt euch mal wieder freuen, dass er das Rätsel viel schneller löst als ich. Warte! 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 Der Eschermagie ist so schnell wie er da. Also ich glaube, das wird heute nicht meine glorreichste Folge. Den hier gibt es auch nichts, oder? Kann ich mich denn jetzt ansprechen? Nö. Einfach tot. Genau. Rülle hier ein bisschen rum. Dann kommen wir halt mal wieder zurück. Na, gucken wir nochmal. Ja. Komm, hier. Ach, nein. Okay, ich bin im verkehrten Bildschirm. Wenn ich das richtig sehe. Schön verpeilt. Ich habe gedacht, ich komme von hier. Da, 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 da. Nehmen wir ja sonst sowas. Okay, hier haben sie wohl amputiert. Wie bin ich denn eigentlich hier reingekommen? In den Abschnitt. Hm. Oder ich bin das einfach vorhin übersehen. Merci, Walt. Ich glaube, ich muss mir das Video selber nochmal angucken. Um herauszufinden, wie doof ich gerade ganz genau war. Gut, der verzieht sich gerade. Oh, kommt direkt wieder. Hier ist mal gern, was er also auf der ersten Seite macht, dass er so schnell wie er zurück ist. So. Ähm, Hund. Genau, danke. Eine kleine Überraschung für euch. Der Soldat da hinten steht einfach nur da und bemerkt nichts. Nichts seltsam ist, dass da gerade was in ihrem friedlichen Lager in die Luft geflogen ist. Kann ja mal passieren. Ich tauche immer so mitten im Bildschirm auf. Da ist ein Rad zum Drehen. Ah. Das hat nur ein bisschen gedauert. Da kann ich nicht durchgraben. Die Schützengräben. Die Soldaten in den Schützengräben lebten nicht alle unter den gleichen Bedingungen. Die Deutschen begannen schon früh, ihre Gräben mit Beton-, Stahl- und Bunkerkonstruktionen massiv auszubauen. Die an Briten und Franzosen noch im Schlamm warteten. Häufig lagen die gegnerischen Gräben nur wenige Meter auseinander. Hinter den vordersten Gräben wurden weitere Unterstützung unserer Reservegräben ausgehoben, in denen sich die Soldaten zurückziehen konnten, wenn ihr Kram von Feinden erhobert wurde. Normalerweise wurden die Soldaten in den Gräben an vorderster Front regelmäßig abgelöst. Oh, ähm... Ah, da kann ich direkt hinter die Dinger fallen. So, gut. Ich bin hier nicht rum. Ah! Okay. Das war schlechtes Timing. Ah, da geht es übrigens zur Erste Hilfe. So, wo geht es jetzt trotzdem nochmal? Wahrscheinlich muss ich hier dann aber raus. Tja, schade, darf ich nicht. Okay, da gehe ich doch erstmal zur Erste Hilfe. Meine Aufgabe erledigen. Ich werde nachgedanken, wie ich wieder hier rauskomme. Oh. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich muss erstmal noch den Hund rücker bringen. Kann ich da den Schlüssel holen? Holen lassen. Ich glaube, ich soll dann, sobald ich das geschafft habe, auch das Video erstmal beenden. Das dauert sonst so lange. Die Hälfte des Videos bin ich auf dem Schlauch gestanden, gefühlt. Ah, guckt mal. Und, geht doch mal da rein. Jetzt brauche ich nur noch irgendwie was, was ich als Hebel zu empfremden könnte. Ihr könntet die Ausrüstung einfach mal ganz lassen, hm? Was haltet ihr davon? Oop. Hm. Aber da ist ja noch die eine offene Tür. Was gibt's denn da drin? Ja, ich habe wohl einige verpasst, hm? Brief eines deutschen Soldaten. Liebe Andrea, wir sitzen seit Januar hier in diesem Loch und ich halte es nicht mehr aus. Ich bin es absolut satt, wie eine Ratte zu außen. Ich vermisse mein altes Leben. Mit dir unter den Linden zu flanieren. Ich vermisse sogar die Arbeit in der Fabrik. In Liebe, dein Dieter. Oh. Ja, okay. Ähm. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich brauche den Hebel, damit ich den Hund runterholen kann. Damit ich den Hebel holen kann, brauche ich scheinbar den Hund. Also, ich kann jetzt drüber klettern. Ah, vielleicht bringt das was. Ich gucke mal, was es da links gibt. Wein. Gut. Wir wissen ja, der Kochlöffel und Wein, wir beseitigen jedes Hindernis. Aber ich würde sagen, das Rätsel löse ich in dem nächsten Video weiter. Guck mal, was ich mit dem Bein genau machen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Obwohl ich auf dem Schlauch gestanden bin. Aber das kennt ihr ja inzwischen von mir. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielleicht findet ihr ja noch ein besseres Video. Tschüss. Euer Wolfhund.